Rossminze Die Rossminze ist eine alte wildwachsende Minzsorte, die B1 Meter groh wird. Man findet sie in Europa an nassen Standorten, Feuchtwiesen, Gerben, Ufern. Ihr Geruch wird von einigen Leuten bei der frischen Rossminze als unangenehm und modrig empfunden. Die Rossminze wird in der Volksheilhunde bei Magendarmbeschwerden und Gegenkopfschmerzen eingesetzt. Hauptanwendungen Kopfschmerzen, Magendarmbeschwerden, Heilwirkung Glend, Schmerzlendend, Anwendungsbereiche Insektenstiche, Neuralgien, Kopfschmerzen, Magendarmbeschwerden, wissenschaftlicher Name Mentalincarner, Mentalongivolia, Mentalsilvestris Pflanzenfamilie Lippenblutler, Lamiacee Englischer Name Rosmint, Longleavid-Mint Volksmlicher Name Langbetrige Minze, Rosminze, Rosminze Verwendete Pflanzenteile B-Lte, Kraut Inhaltsstoffe Trichelé, Kavon, Flavonoide, Limonen, Linalol, Mycran, Piperitonoxid, Sabinen Sammelzeit Juni, September Rosminz, Minz, Minz, Absatzzeichen, Lepfen bei Kleinkindern nicht im Bereich der Nase und Mund eingesetzt werden, da und andere ein Atemstillstand aus Gel, Absatzzeichen, SD werden kann Tee 2 Tee, Absatzzeichen, Fehlgedrückneter Rosminzen-Beer-Elter mit 250 ml kochendem Wasser bergen, abdecken, 10 Minuten ziehen lassen, abseihen Hier hilft der Tee bei Magendarmbeschwerden, Kopfschmerzen und den anderen oben aufgelisteten Problemen Frischblattumschlag Der kleine und lokal betrubende Brei aus frischen, zerquetschten, saftigen Rosminze-Beer-Eltern hilft gegen Insektenstiche L-Einreibung Einreibungen mit dem L helfen gegen Neuralgien Geschichtliches Minzen-G-Absatzzeichen rennt zu den altesten Heil- und Ritualpflanzen der Menschen Die Rosminze wird in der asiatischen, vor allem in der indischen und asiatischen Pke genutzt Das Rosminzen-Absatzzeichen-Nil wird in der Swarenindustrie gerne als Ersatz-FL des Pfefferminz-Absatzzeichen-Nil genommen Pflanzenbeschreibung Rosminze Die Rosminze ist in Europa heimisch Sie WCHSD bevorzugt auf nassen B-Absatzzeichen-Dähnen Die winterharte und mehrige Rosminze wird 40 bis 130 cm hoch Im Vier treibt die Wurzel zu CHSD-Beer-Elter aus Die grauenen Beer-Elter sind spitz und geht's HNT Die rosa bis violetten Blüten erscheinen zwischen Juli und September Aus den Rosminzeblüten entwickeln sich bis in den S-B-Tabs die Samen Vom Aussehen her kann man die Rosminze leicht mit steckenden Minze, Spillmint, Mentaspecata, verwechseln Die Spillmint riecht jedoch angenehm minzig, wie das gleichnamige Kaugummi, was bei der eher unangenehm riechenden Rosminze nicht der Fall ist Anbautipps Vermehrung durch Wurzelteilung Die Rosminze mag feuchte und steckstoffreiche B-Absatzzeichen-Dähnen Der Standort sollte halbschattig oder sonnig sein Sammeltipps Rosminze frische B-Elter-K-Absatzzeichen nenn es dähnlich geerntet werden Die Stänge mit den B-Eltern werden kurz vor der Blüte geerntet Am besten an einem sonnigen Tag am S-B-Ten-Vormittag sammeln Zum Trocknen, die Rosminze-Stänge mit den B-Eltern kurz vor der Blüte bei gutem sonnigen Wetter ernten Zgig bei maximal 35 Grad Zeichen C trocknen, anschließend die getrockneten B-Elter von den Stängeln abstreifen Die Rosminze-B-Elter in geschlossenen B-Eltern lagern Die Rosminze-B-Elter in geschlossenen B-Elter-K-Absatzzeichen-Dähnen